Die militante Veganerin bringt ihre eigene Milchmarke namens Millie W. auf den Markt. Da Milch ein tierisches Produkt und somit nicht vegan ist, besteht die Milch der Veganerin aus 100% Muttermilch. Aktuell gibt es deutschlandweit 10 Produktionsstätten, in denen Mütter an Zapfsäulen angeschlossen sind. Innerhalb der nächsten 12 Monate sollen sich die Produktionsstätten vervierfachen. Neben der klassischen Muttermilch wird es auch eine Muttermilch in der Kakao-Version geben. Die Produkte werden Anfang nächsten Jahres in ausgewählten Aldi- und Rewe-Filialen zu kaufen sein.